jo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von ultimate chicken horse ich bin auf der alten villa let's go ich hoffe ich habe heute mal ein bisschen mehr glück als spätestens hier wird die die kommen rein da danke für gar nichts man als ob du das überlebt hast ich glaube das war auch das letzte mal und jetzt wird schon ein bisschen witziger leute wenn ihr mehr alte mitschick nur sehen wollt dann abonniert sich auf die auf jeden fall diesen kanal und lasst einen leichter das würde uns sehr freuen und abonniert aktiviert auf jeden fall die abo man ja so circa und folgt uns auch auf jeden fall auf twitch das finden wir jeden montag und freitag oh gott alter mal geht das überhaupt was keine ahnung ja haben doch vorbeikommen ja irgendwie so sollte es klappen mit ganz ganz viel gerät hauptsache wir machen alles am start oh gott nein bin ich bin gerade vierfach gestorben so ein ding ist das abo kreis zurück was für ein box ach so nein dieses gerät nein mann ich hatte so gehofft dass du es nicht checker Au! Ich glaube du bist tot. Ich bin über die Tür geschlagen. So, der Gerät kommt hierher. Nö, das ist zu gemein. Man hat das Bienennest, oh Gott. Och nö! Ich glaube da kommt man gar nicht durch, oder? Nein. Oah. Ey, dir ist es noch nicht vorbei. Oah! Wie hast du das jetzt bitte geschafft? Dein Sägeblatt hat mich gesägt. Oh nein, ich bin... Nein! Aua! Und da der nächste Stall. Über das riesen Stahlgerät rüber und in den nächsten Stall. Rein in den Stall! Yay! Wo machen wir der Gerät hin? Ey, willst du nicht mal mit dem Lift fahren? Doch, klar. Hab richtig Bock. So, wie machen wir das jetzt? Am besten ohne zu sterben. Nein! Doch! Er hat einfach den ultimativen Weg gewonnen. Hä? Nein! Nein! Edi, du gerät. Edi, es wird langsam kritisch da hoch. Oh, Mensch. Edi, ich hab Angst. Oh Gott! Ah! Edi, kommst du nochmal runter zu mir? Nein! Nein! Alter! Ich wollte eigentlich nur die Münze. Oh Gott! Och Eli, es wird immer kritischerer. Echt? Ich hätte es ohne deinen Hinweis nicht gemerkt. Was? Äh, Hilfe! Hä? Ich dachte, die attackieren jetzt dich. Hä, wieso? Weil letztens hatte ich das auch. Einer hat die Bienen angelockt und ist an mir vorbeigerannt. Einer hat die Bienen angelockt, dann ist er an mir vorbeigerannt und die Bienen haben nicht gefressen. Hä? Darum dachte ich jetzt auch, wow, Master Trick 3000. Das geht doch nicht! Nein! Edi, das Ziel ist es schwer zu erreichen. Diese scheiß schwarze Lohn. Oh Gott! Nein! Ah! Wow! Wo bin ich jetzt denn geflogen? So richtig senkrecht hoch. Oh Gott! Jetzt! Bist du das Ultima- Ja! Was? Was? Oh Gott, letzte Runde. Alter Edi, ist das kritisch. Was? Was bist du denn für einer? Ah ja! Jetzt ist es halt unmöglich. Man müsste hier dazwischen durch. Ich müsste wie es geht. Wie sieht man es? Ah! Alter bei der Tür. Ja moi! Aua! Mann! Das war eine sehr unerfolgreiche Runde. Mann Leute! Ich fand sie erfolgreich. Ich bin nämlich das ultimative Scharfgerät. Och ne. Es stehen harte Zeiten vor uns, wenn ich wieder mal gewinnen will. Aber ich würde sagen, das war es wieder mal mit einer sehr chaotischen Folge von Ultimagic. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne auf Twitch vorbei, haut rein und ciao! 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 Ciao!